Leon, kannst du mir ein paar Tipps geben, wenn ich frisch mit dem Training anfange? Ist eine Lebenseinstellung. Wenn du für immer einen guten Körper haben willst, musst du für immer diesen Lifestyle leben. Kannst du Tipps geben, wie man komplett am Anfang YouTube und Insta hustlet und man nicht nur drei Aufrufe bekommt? Was ich auch jedem ans Herz legen würde, der irgendwas mit Social Media machen will, für mich ist es Kunst. Atam fragt, ob ich kiffe. Einer schreibt, hast du dich gefreut, dass Kolle das letzte Video kommentiert hat? Habt ihr Kontakt? Fragezeichen. Leon, kannst du mir ein paar Tipps geben, wenn ich frisch mit dem Training anfange? Ja man, Tipps für Anfänger im Gym, was soll ich dir sagen, Bro? Am besten habe ich schon hundertmal rausgehauen. Kannst du auch einfach mal gucken. Gib mal ein Leon Lovelock Fitness Tipps. Ja, wichtig ist, dass du erstmal die Motivation gewinnst, so dass du regelmäßig ins Gym gehst, so. Und dann das zweitwichtigste ist, dass du dir Leute holst oder Leute kennst oder Videos anguckst, dass du weißt, was du trainierst und wie du es trainierst. Also ein Trainingsplan und die Technik und Ausführung, brutal wichtig. Dann, dass du dich vernünftig ausgewogen ernährst, gesund ernährst, im Kalorienüberschuss bist, wenn du aufbauen willst, im Defizit, wenn du abnehmen willst. Und ja, Disziplin und Motivation ist eine Lebenseinstellung, ist ein Lifestyle. Weil, wenn du für immer einen guten Körper haben willst, musst du für immer diesen Lifestyle leben. That's it. Mal mehr, mal weniger. Aber die ersten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre solltest du auf jeden Fall mal durchziehen. Meine Meinung. Demian Bertsch hat auch eine gute Frage. Kannst du Tipps geben, wie man komplett am Anfang YouTube und Insta hustlet und man nicht nur drei Aufrufe bekommt? Boah, Digga. Also zu meiner Zeit damals war es noch möglich, dass wenn du zum Beispiel jetzt im Fitnessbereich was aufbauen möchtest und du hast einen krassen Körper, dass du halt einfach konstant Content ablieferst mit den richtigen Hashtags auch. So, das hat mir schon sehr geholfen damals. Das geht halt heute nicht mehr. Also ich habe am Tag drei Bilder damals hochgeladen. Drei Bilder hochgeladen. Also immer aktiv am Tag, den ganzen Tag Bilder hochgeladen. Storys gemacht. Ne, Storys gab es noch gar nicht. Auf jeden Fall drei Bilder hochgeladen, die richtigen Hashtags gebracht und so. Und dann habe ich früh auch angefangen, so Leute aus dem Internet zu finden, die was ähnliches machen, wo ich gerne hin will und versucht mich mit diesen Leuten zu connecten. Bin halt dann auf die FIBO gegangen und habe mich mit diesen Leuten in real life connected, weil über Internet ist immer schwer, eine Verbindung aufzubauen. Und so hat das für mich seinen Weg genommen, sodass ich halt von einer Situation in die nächste gekommen bin, wo die nächste Opportunity wieder auch da war dann. Und ich kann dir sagen, es lag halt, das meiste ist Disziplin. Es kamen dann immer wieder Phasen, bei mir waren es nicht drei Aufrufe, bei mir waren es dann 500 Aufrufe nach den ersten Steps, die ich gemacht habe, die ich aber dann konstant über Monate hatte und da nichts passiert ist, so. Dann war ich schon wieder kurz vorm Aufgeben und dann kam mir wieder eine neue Idee und die hat sich dann so rauskristallisiert, dass die dann wieder über meine Reichweite und über meine Abonnentenzahl hinausgegangen ist, so. Weißt du, wie ich meine? Und so habe ich mir immer, also was ich auch jedem ans Herz legen würde, der irgendwas mit Social Media machen will, für mich ist es Kunst. Für mich ist YouTube machen auch Kunst. Für die meisten Leute ist es nur kopieren und scheiße labern und reagieren und so, aber für mich ist es Kunst. Und ich habe mich schon ganz früh immer gefragt und das ist eine wichtige Frage, die ihr euch stellen müsst, was gibt es noch nicht? Was könnte man Neues machen? Weißt du, wie ich meine? Was könnte man machen, damit man auffällt, so. Kreieren, irgendwas, ein neues Format, eine neue Idee, irgendwas anders machen und so. Das ist für mich richtig YouTube machen, richtig Kunst machen, so. Das bleibt dann auch, weißt du, wie ich meine? So bin ich schon immer an die Sache rangegangen. Deswegen habe ich auch Formate entwickelt, wie Live-Reaktion von der Straße. Ich war einer der Ersten, der überhaupt auf die Straße gegangen ist und Videos gedreht hat, weil ich diese Vision hatte. So, Frauen ansprechen mit Rap-Texten. So eine Sache bin ich dann drauf gekommen und auch ganz andere Sachen, so, weiß ich nicht. So, jetzt komm ins Café zum Beispiel, war nichts Neues, aber ich habe mir dann auch wieder gedacht, so, okay, es gibt Interviews, es gibt Formate. Es gibt auch coole Formate wie Roos und so, aber es gibt trotzdem niemanden, der das fragen würde und das sagen würde, was ich fragen und sagen würde. Und deswegen habe ich damit auch angefangen, weißt du, so. Also wichtig ist, dass du dich auch fragst, wo ist eine Lücke und da musst du reingehen, weil dann kannst du wirklich was schaffen. So, einer sagt, United TV, naja, man sollte eher für sich seine Passion finden und nicht darauf achten, was geht, was geht nach vorne. Ja, wie gesagt, du musst, natürlich musst du deine Passion finden, aber nichtsdestotrotz, das ist einer der wichtigsten Tipps, die man geben kann. Mach nicht einfach das, was andere machen, das machen die meisten Leute, die mit YouTube anfangen. Ich mache jetzt auch Reactions, ich mache jetzt auch das, ich mache jetzt auch das. Versuch ein Alleinstellungsmerkmal zu finden und das findest du, indem du das machst natürlich, was dein Herz dir sagt und was irgendwie Teil deiner Bestimmung ist, so. Aber muss auch was sein, was dich einzigartig macht, so bin ich drauf halt, weh schon. Aber ja, seine eigene Passion zu finden, ist natürlich auch wichtig. 100%. Atam fragt, ob ich kiffe, gerade nicht. Ich mache gerade ein Päuschen, zwei Wochen jetzt ungefähr. Ja, aber sonst, ja, also ich würde mich, ja, bin ich ein Kiffer? Keine Ahnung, Bro. Das ist auf jeden Fall Teil von meinem Leben. Mal mehr, mal weniger. Für mich ist es auf jeden Fall wichtig, regelmäßige Pausen zu machen, regelmäßig Abstand davon zu nehmen, zu gucken, zu reflektieren. Tut es dir noch gut gerade nicht oder nicht? Und wichtig ist auch, finde ich, dass man halt nicht abhängig ist, so. Dass man sich nicht vorstellen kann, ohne das zu leben, zu schlafen, zu essen oder irgendwie sowas in die Richtung. Wenn das der Fall ist, dann bist du fucking süchtig, so. Und Suchtsüchte sind, glaube ich, nie gut. Also wenn du süchtig, süchtig, süchtig bist, dann kannst du dir nicht vorstellen, mal so, weißt du, wie ich meine? Egal, was es ist, ob es jetzt Kiffen ist, andere Drogen sind, Frauen, Süßigkeiten, was weiß ich. Es ist immer dann nicht mehr gesund, wenn du dir nicht vorstellen kannst, ohne das zu leben. So, einer sagt, ohne zu kiffen, da trägt man das alles gar nicht. Ja, Bro, bei mir ist es so, ich bin so, ich challenge mich auch selber, weißt du? Ich bin so, gerade jetzt, wo ich nach Deutschland zurückgekommen bin, graue Vibes, Dunkelheit, Regen, schlechte Energie, Menschen sind schlecht drauf, Politik ist scheiße, Regeln sind abgefuckt, so. Vor allen Dingen, wenn du nicht mitmachst, so, dann wirst du ausgegrenzt, darfst Dinge nicht mehr tun und so. Und ich bin so, ich will mich dann challengen, also ich habe das, also ich wollte unbedingt das richtig spüren, so. Verstehst du, ich wollte richtig so für mich das, so die Realität in meine Fresse reinhaben, weil du musst da, also ich will damit klarkommen, auch ohne mich irgendwie wegzuschießen mit irgendwelchen Drugs oder so, weißt du? Das ist meine Ansicht, ich challenge mich da selber. Einer schreibt, hast du dich gefreut, dass Kolle das letzte Video kommentiert hat? Habt ihr Kontakt? Ja, so gefreut, ja, ich hab so, das war schon geil, so. So war geil zu sehen, so, der Bray ist noch da, man hat schon lange keinen Kontakt mehr gehabt, so, weißt du? Und Kolle ist auch einer, der, der so, der Herz, der in mein Herz auch drin geschlossen ist, weißt du, wie ich meine, so, weil der einfach, ähm, keine Ahnung, so, ich weiß nicht, mag den, weißt du, wir haben eine sehr gute Energie zusammen gehabt, so, wir haben auch Privatkontakt gehabt damals und so, weißt du, wie ich meine? Und das ist schon ein guter Typ. Kiffen hat definitiv was Positives, wenn man es richtig nutzt, sobald es eine Sucht wird, sollte man es lassen, finde ich auch, finde ich auch. Und ich bin einer, Bro, ich war, ich hab, ich kiffe seitdem ich 13 bin, so, und ich war auch oft schon in den, in Lebenssituationen, wo ich das Gefühl hatte, der Joint kifft mich und ich nicht den Joint, so, weißt du, wie ich meine? Und dann komme ich dann immer wieder an den Punkt, wo ich sage, ich muss aufhören, so, aber, ähm, ich finde, wenn du einen gesunden, guten Umgang damit hast, so, wenn du es, wenn du es für dich nutzt und nicht auf täglicher Basis, sondern vielleicht am Wochenende oder so, um mal abzuschalten, um mal runterzukommen, ein bisschen Vibes zu genießen, keine Ahnung, mit der Freundin, so ein bisschen, alle wissen, was, äh, Kiffen mäßig mit einem Girl zusammen und dann, knick, knack und so, ist auch nice, weißt du, wie ich meine? Also, wenn du so am Start bist, so, dann ist das cool, aber die Suchti-Vibes sind halt, sag ich, aber es gibt auch viele Leute, die da andere Meinungen sind, es gibt viele Leute, die kiffen seit Jahrzehnten, mein Bruder ist einer von den Kandidaten, der sieht das alles ganz anders, der ist auch auf Rastafari-Basis unterwegs, war auch in Jamaika und so, und für den, für die ist das fast eine Art Religion, muss jeder für sich wissen und fühlen, Hauptsache, du fühlst dich wohl, weißt du, Hauptsache, du fühlst dich wohl in deiner Haut und du denkst noch so, ja, Mann, so, ich hab alles unter Kontrolle, so bin ich auf jeden Fall, ich bin so ein Kontrollmensch, ich muss mich selber unter Kontrolle haben, wenn ich merke, das geht ein bisschen aus dem Ruder, dann rudere ich den, man, weißt du? Einer schreibt gerade Ding, du bist süchtig vom Fitness, hast du recht, Bro, ja, Bro, ja, Mann, fucking, fucking, ja, Junkie, Fitness-Junkie, auf jeden Fall, Bruder, ja. Hat mir auch an Phasen schon nicht gut getan, wenn ich krasse Schmerzen hatte oder, ähm, wenn ich krasse Schmerzen hatte oder wenn ich irgendwie nicht gesund war, ein bisschen krank war und so und dann trotzdem ins Gym gegangen bin und so, hat mich auch schon ein bisschen manchmal gefickt, so, die Sucht. Aber sonst gab sie mir sehr viele positive Sachen. Witzbold schreibt der, wenn es zur Sucht wird, sollte man es lassen, wenn es zur Sucht wird, kann man es nicht mehr lassen, in den meisten Fällen. Das kommt drauf an, wie stark deine Persönlichkeit ist und wie, 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 wie du es willst auch, so, weißt du? Also, ich war schon süchtig und hab's geschafft und ich sage dir, es ist gar nicht so schwer, ist gar nicht so schwer, Bruder, also, ich hab gemerkt, natürlich, was ich merke, ist so, mein Schlaf und so, äh, ist anders. Wenn ich kiffe, dann schlafe ich schneller ein und schlafe auch durch, so, und wenn ich nicht kiffe, dann brauche ich, aber drei, vier Tage hat's gedauert, bis ich beim Einschlafen, äh, schneller eingeschlafen bin, so, nach drei, vier Tagen schlafe ich auch wieder schnell ein. Nur durchschlafen fällt mir schwer, aber das war schon immer so bei mir, auch, auch, weißt du, vor dem Kiffen, so. Durchschlafen fällt mir extrem schwer, weil ich so ein Typ bin, der sehr viel denkt und sobald ich aufstehe und es zulasse, nur einen reellen Gedanken in meinen Kopf reinzubekommen, dann ist so, kann ich nicht mehr einschlafen. So, dann kann ich nicht mehr einschlafen, das nervt, aber was willst du machen? Ja, Satguru meint, auf einem gesunden Level kann man gesund drei Tage wach bleiben. Satguru hat auch in einem Video, hab ich mir letztens reingezogen, gesagt auch, ähm, zwei, drei Stunden Schlaf am Tag, weißt du? Ey, krass, ich schwör dir, das ist krass und dann, das macht auch voll Sinn, so, was der sagt. Der sagt halt auch so, von wegen, wenn du gesund lebst und wenn du halt nicht so stressig lebst, sondern mit dir im Reinen bist und eine gewisse Mitte in dir gefunden hast und so, Balance hast, so, dann reicht es auch, weil du dich im Tag und im Alltag nicht so stresst und so kaputt machst, dass du diesen Schlaf brauchst. Weißt du, wie ich meine so? Goddamn, wo ich das gesehen hab, dachte ich mir so, why, der hat recht. Der hat einfach recht. So, weißt du, wenn ich mich nicht so ficken würde die ganze Zeit, mit Sport, mit Gedanken, mit Druck, mit dies, mit das, so, wäre ich wahrscheinlich schon so tagsüber so auf einem geilen Level, dass ich dann nachts auch gar nicht mehr so viel Schlaf brauch und dann einfach am Start bin, ne? Man, ja, man, man, man stresst sich schon brutal in dieser heutigen, heutigen Gesellschaft.